Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so ein Schrägsitzventil-Oberteil richtig daheim austauschen kann, wenn dieses zum Beispiel festsitzt oder vielleicht sogar schon undicht ist. Wenn du Bock davon hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Über die Jahre kommt es einfach vor, dass sich der Griff von einem Schrägsitz- bzw. KFR-Ventil einfach festfrisst oder sogar hier oben Kalkablagerungen sind oder das Ganze undicht ist bzw. tropft. Dann hilft meiner Meinung nach provisorisches Richten nicht mehr und man muss einfach dieses Oberteil hier oben austauschen, was übrigens auch nicht die Welt kostet. Damit man übrigens die richtige Größe rausfindet, sollte man einfach mal bei seinem Ventil nachschauen. Bei mir steht hier zum Beispiel DN25, was für 1 Zoll steht. Zuerst einmal müssen wir unsere Abspereinrichtungen vor und auch nach dem entsprechenden Schrägsitzventil komplett im Uhrzeigersinn einmal zudrehen. Und danach muss mal das restliche Wasser aus unserem Zwischenstück raus. Ich habe den Vorteil, ich habe hier eine Entleermöglichkeit und da stelle ich jetzt einfach mal noch einen leeren Behälter drunter und lasse dann anschließend auch das ganze Wasser hier austreten. Wenn du übrigens keine Entleermöglichkeit hast, kommen wir gleich zum nächsten Schritt. Dann am besten mal einen passenden Gabelschlüssel für hier unten verwenden bzw. auch eine Armaturenzange oder eine Wasserpumpenzange, wenn das Oberteil zerkratzt werden kann und danach eh wegkommt. Und dann müssen wir mal hier oben auch schon ansetzen und normalerweise mit etwas Schmackes jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehen. Und es sollte sich somit auch schon lösen. Wenn wir jetzt nämlich noch weiter drehen, dann kommt jetzt auch hier unten das restliche Wasser aus der Leitung raus. Wenn fast nichts mehr kommt, können wir das Oberteil auch schon ganz rausdrehen. Bei mir ist jetzt übrigens noch ein Rückflussverhinderer mit integriert. Den können wir auch einfach rausziehen. Und wir können als nächstes auch schon das Innere unseres Ventils mal genauer betrachten. Bei mir schaut das auf jeden Fall noch relativ gut aus, soweit ich es durch die Kamera jetzt erkennen kann. Doch wenn hier innen drin zum Beispiel schon sehr stark Ablagerungen sind, sollten wir probieren, das Ganze entweder mit dem Finger bzw. auch einem Tuch zu entfernen. Oder im Notfall gibt es auch ein spezielles Werkzeug, einen sogenannten Ventilsitzfräser für härtere Ablagerung. Da das Ganze danach natürlich auch wieder dementsprechend abdichten muss. Dieser besitzt vorne nämlich so einen kleinen Fräser. Also mein Gerät ist jetzt speziell für 1 Zoll, 3 Viertel Zoll ausgelegt. Und dann kann ich das Ganze auch schon in meinen Ventilen nämlich dementsprechend einschrauben. Danach muss ich hier vorne auch noch etwas weiter reinschrauben. Und wenn wir dann auf Anschlag sind, dann kann ich mal mit meiner Fräse hier vorne den Ventilsitz ordentlich gerade machen. Und danach sollte die Dichtung auch auf jeden Fall wieder abdichten. Den Fräser kann ich also mit gutem Gewissen wieder gegen den Uhrzeigersinn abdrehen, herausnehmen. Dann in meinem Fall ja jetzt das spezielle Teil, also diese Feder noch für meinen Rückflussverhinderer einsetzen. Und natürlich auch mein neues Ventiloberteil draufgeben. Und schon einmal per Hand im Uhrzeigersinn festdrehen. Zum Schluss das Oberteil wieder mit dem passenden Schlüssel im Uhrzeigersinn festdrehen. Hier natürlich auch das Ganze mit Gefühl machen. Danach unser Entleerungsventil wieder im Uhrzeigersinn auch komplett schließen. Das Ventil vor und nach unserem Schrägsitzventil langsam öffnen, dass das Wasser gleichmäßig einströmen kann. Und wir können mit den Fingern auch schon alles auf Dichtheit überprüfen. Bei mir schaut es auf jeden Fall super aus, weswegen ich jetzt auch schon so ein Oberteil von einem Schrägsitzventil richtig gewechselt habe. Natürlich kann das bei einem alten Modell deutlich schwerer gehen, doch es funktioniert auf jeden Fall genauso. Und noch der Tipp, falls du natürlich möchtest, dass das neue Ventil auf jeden Fall länger hält, ich empfehle immer, dass man das Ventil auf jeden Fall einmal ganz öffnet und danach unbedingt wieder circa eine Umdrehung zurückgeht. Dadurch fließt auch nicht wirklich weniger Wasser, aber das Ventil bzw. der Griff frisst sich auf jeden Fall nicht so schnell fest. Und auch noch kann ich den Tipp geben, dass man zum Beispiel zweimal im Jahr einfach mal im ganzen Haus bzw. im Keller durchgeht und diese Ventile komplett zudreht und danach auch wieder komplett auftritt, dass das Ganze einfach länger gängig bleibt. Wenn du dir für zu Hause jetzt wegen so ein neues Oberteil, einen Fräser, eine Wasserpumpen bzw. auch Armaturenzange zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link in der Videobeschreibung klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.